Ja, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video in meinem Kanal. Heute wieder mit der Bucket Plugin Beginnerserie. Morgen wird dann wohl ein neues Video meiner normalen Bucket Plugin Programmierreihe kommen. Allerdings weiß ich noch nicht, wie ich da fortfahren will. Es gibt nämlich einige Sachen, die ich theoretisch abändern müsste. Eventuell fange ich baldig ein neues Projekt an und lasse die Bucket Plugin Programmierreihe hinter uns. Weil es einige Sachen gibt, die eben verbessert werden könnten an dem Code. Und ich einen konkreten Plan gerne hätte, mit dem ich an das Plugin rangehen will. Momentan weiß ich nämlich noch nicht genau, was ich mit dem Plugin anfangen will. Und dementsprechend weiß ich auch nicht, mit was für Sachen ich fortfahren soll. Wenn ich einen genauen Spielmodus habe, den ich zum Beispiel programmieren will, weiß ich genau, was ich machen will. Und das wird dann in Zukunft wahrscheinlich so sein, dass ich einfach zeige, wie man bestimmte Spielmodi nachprogrammiert. Genau. Was wir jetzt aber erstmal machen, ist eben uns dem heutigen Video widmen. Und heute werden wir uns der Sache Player Leben, also Spieler Leben und Spieler Hunger widmen. Was wir dafür machen, ist, wir erstellen einen neuen Command, diesmal wieder in einer Extra-Klasse. Get Command und jetzt nennen wir den Command einfach Spieler. a.setExecutor und dann einfach newcmd-spieler. Wie gesagt, so mache ich meine Klassen. Das könnt ihr natürlich wieder auch hier in der Klasse machen. Wie das geht, habe ich natürlich, oder habe ich ja im vorletzten und letzten Video gezeigt. Im vorletzten Video habe ich, glaube ich, auch gesagt, dass ich wahrscheinlich die ganzen zukünftigen Videos dieser Tutorial-Reihe auf dem Endprodukt des ersten Videos dieser Tutorial-Reihe basieren lassen werde, damit ich mir das Ganze importieren und das ganze Java-Plugin on Enable und sowas schreiben und die Plugin YML schreiben sparen kann. Das, wenn ihr nicht wisst, wie das geht, alles im ersten Video. Genau, ist auch relativ ausführlich erklärt. Wir erstellen jetzt eben den neuen Command oder fügen ihn hinzu und nennen ihn Spieler. Spieler. So. Die Description. Schreiben wir die hier rein? Ja. Description. Verwende ein paar Spieler-Methoden oder so. Keine Ahnung. Ist nicht so wichtig eigentlich. Und was wir noch machen, ist, wir sagen Alias, Doppelpunkt und wir wollen, dass man auch sp schreiben kann, weil Spieler ist mir ein bisschen zu lang. Alias heißt Ersatz. Also im Prinzip so eine Variante, wie man das auch schreiben kann. Gibt es zum Beispiel, glaube ich, bei Permissions-Ex, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, man kann einfach Slash-Packs schreiben statt Permissions-Ex und das macht das Ganze natürlich um einiges leichter. Ein Alias von GameMode-Command wäre zum Beispiel der gm-Command, aber das ist eigentlich ein extra-Command, der halt extra dafür erstellt wurde, nicht direkt als Alias verwendet. So, wir kreieren jetzt eine neue Klasse namens cmd und zwar in dem Package.cmds. Wie gesagt, das habe ich, glaube ich, im zweiten oder dritten Tutorial gesagt, dass ich meine Klassen gerne, meine Command-Klassen gerne in einem externen Package habe, damit das Ganze schön übersichtlich ist. Genau, jetzt wurde hier natürlich die Standard-Methode auch schon erstellt. Jetzt nehmen wir wieder den Command-Sender-Sender, den Command-cmd, String-Label und die Argumentenkette. So, standardmäßig soll von mir aus false-returned werden. Wir sagen ganz oben wieder cmd.setusage, damit, wenn wir das Ganze falsch eingeben oder wenn etwas nicht funktioniert, wieder das bunte oder das hier eben angegebene Usage returned wird. Und jetzt sagen wir in rot, nutze den Command, den Befehl wohl eher, Befehl wie folgt, Doppelpunkt. Und dann sagen wir slash, in gelb wieder, so, slash Spieler und dann eine dieser Sachen, entweder Heal oder, ja, keine Ahnung, was kann man statt Heal machen. Also, Hurt von mir aus oder Feed oder Hunger, keine Ahnung, ob man das so sagen kann. Sagen wir, Starve macht mehr, ja, wir lassen einfach Hunger jetzt erstmal. Also, es ist übersichtlich, ja. Wobei, sagen wir einfach Starve, Starve, so. Gut, was wir dann machen, ist, wir schauen, if Arct.length gleich gleich 1. Also, wenn wir ein Argument danach haben, nach dem Slash-Spieler, und zwar eben entweder Heal, Hurt, Feed oder Starve, dann wird das folgende ausgeführt, ansonsten wird False returned. Wobei, wir sagen True, wir return immer True, und dann sagen wir ansonsten Return False. Gut, wir können eventuell hier noch einen Spielernamen hinzufügen, aber das lassen wir jetzt erstmal, da können wir uns wieder einem zweiten Video widmen, wenn das denn gesehen werden, also wenn ihr das sehen wollt. Gut, ansonsten funktioniert das relativ ähnlich, wie mit dem Game-Mode-Command, dass man das auf andere, zu anderen Spieler setzen kann, anderen Spielern zufügen kann, sage ich wohl eher. Wobei, wisst ihr was, wir packen das noch dazu. Wir sagen hier noch, und zwar wieder in Klammern, weil es nicht verpflichtend ist, Name, Spielername, kleinen Spielernamen, so, okay. Okay, und, ja, gut, Arx.Length gleich gleich 1, da müssen wir hier noch ein Else reinpacken, das Else kommt hier weg und unten hin, so. Also, falls Arx.Length, also die Argumentenlänge 1 ist, dann passiert das, was da drin steht, und falls, äh, falls es nicht 1 sein sollte, aber Arx.Length gleich gleich 2 sein sollte, sprich ein Spielernamen noch dabei ist, wird geschaut. Ah, wobei, wir sagen davor noch, äh, hier müssen wir noch schreiben, if Sender Instance of Player. Ja, wir wollen nämlich nicht, dass man sich selber heilen kann, wenn, ähm, wenn man als Konsole zum Beispiel schreibt, das hier kann man gerne bei einem anderen Spieler machen, wenn man den Spielernamen hinzufügt, nachdem, ähm, dann ja eben nicht bei einem selber geheilt werden muss. So, so, if Sender Instance of Player, else of Sender.sendMessage, und dann droht, du musst ein Spieler sein, um den Command, äh, Befehl wieder, Befehl bei dir selbst anzuwenden. So, so sagen wir das jetzt einfach mal. Und ansonsten passiert das, was hier drin ist. Hier, bei Arx.Length gleich gleich 2, wir überprüfen hier oben jetzt erstmal noch, if, also wenn der Sender, also das Ganze hier rücken wir schnell einmal ein, meine ich, so, und gehen 1 zurück. So, und jetzt überprüfen wir hier oben bei der if-Schleife noch, ob der Spieler oder der Command-Sender halt die nötigen Permissions hat. Sender.hasPermission, Punkt hasPermission, und dann sagen wir hier jetzt, ähm, keine Ahnung, Tutorial.Spieler für den Spieler-Command aus dem Tutorial-Plugin. Oder, die zwei Striche heißen oder, Sender.sop, also falls der Sender Operator sein sollte. Genau. So, ansonsten sagen wir Sender.sendMessage, und dann in rot wieder, dir fehlt die nötige Berechtigung, Berechtigung, ja. Für diesen Befehl. So, okay, dann haben wir das auch schon mal. Und wenn wir hier sind, sagen wir noch schnell, also, okay, arbeiten wir erstmal das, äh, if Arx.Length gleich gleich 1 ab. So, jetzt sagen wir, ähm, wir machen wieder eine externe Methode und die nennen wir Public Void. Public Boolean, sagen wir, wir sagen Public Boolean. Ähm, ja. Spieler Settings oder sowas, keine Ahnung. So, und jetzt Return, ähm, Value oder so, keine Ahnung. Wir sagen anfangs einfach, Value ist gleich True. Boolean Value wohl bemerkt. Boolean Value gleich gleich True. Oder wir machen es anders, Sekunde, Stop. Wir sagen hier einfach Return False. Und dann sagen wir hier immer danach Return True. So. Was wir jetzt machen, ist eben, wir führen hier die Methode, wir brauchen hier noch schnell ein String drinnen. Tut mir leid, wenn es diesmal irgendwie ein bisschen komplizierter gäbe. Also nicht komplizierter, aber ein bisschen chaotischer. String, ähm, keine Ahnung, wie nennen wir das Ganze. Argument oder sowas. String Argument von mir aus. Und dann sagen wir, entweder Switch, na, wir sagen, wir sagen, wir sagen nicht Switch Argument. Was wir noch brauchen, ist den Player, Player, Player und String Argument. Und dann sagen wir, if Argument.equalsignoreCase. Und dann das und das. Und dann, falls das nicht der Fall sein sollte, also else if, dann soll das passieren. Falls nicht, falls nicht. Und sonst wird, äh, False Returned. Wobei wir sagen noch, wir sagen hier noch else und dann Return False. Und dann returnen wir hier unten einfach True. Da müssen wir das Return True nur einmal schreiben. Das Ganze erkläre ich jetzt nochmal schnell genauer. Also wir haben hier die Abfrage, if Argument.equalsignoreCase. Und dann schauen wir eben, ob es Heal ist. Also ob man Heal an erster Stelle geschrieben hat. Wenn ja, dann passiert das hier. Ansonsten schaut man, ob der, ob das erste Argument eben ein Hurt ist. Wenn ja, dann passiert das in den Klammern. Wenn nicht, dann schauen wir, ob es ein Feed ist. Dann, also falls es ein Feed sein sollte, passiert das zwischen den Klammern. Ansonsten schauen wir, ob es ein Staff sein sollte, äh, ist. Und wenn ja, dann wird halt das zwischen den Klammern ausgeführt. Und ansonsten returnen wir False. Und wenn wir False returnen, dann geht's weiter. Und wenn wir True Returnen, äh, wenn wir False returnen, dann wird hier eben auch False returned in der Methode. Und ansonsten wird True returned und dann wird hier auch True returned und damit haben wir kein Problem. So, sprich, was wir jetzt machen, ist, wir führen hier die Methode aus und sagen, ähm, Spieler Settings. Der Spieler ist der Sender. Wir wissen ja, dass es ein Spieler ist und deswegen müssen wir das jetzt noch schnell zum Player casten. Und das Argument ist Arcs 0. Also das erste Argument. So, damit haben wir das schon mal. Aber was wir jetzt noch machen wollen, ist, wir sagen, return, return. Und dann Spieler Settings und das ganze Zeug. Also, hier wird der Wert returned, der von dieser Methode returned wird. Und was von dieser Methode returned wird, ist eben entweder True oder False und damit hier auch True oder False. So, ich hoffe, das war soweit verständlich. Warum wir dann hier eben eine Fehlermessage bekommen, wenn es keiner dieser Befehle ist. Dann wird nämlich das Usage ausgegeben und zwar genau das hier. Und das Ganze können wir hier eigentlich auch machen. Wir müssen nur eine Sache beachten. Und zwar müssen wir schauen, ob der Spieler davor existiert, den wir eben ausgewählt haben. Das Ganze habe ich in der letzten Folge des GameRoot-Commands ein bisschen kompliziert gemacht. Das geht bei weitem einfacher und das könnt ihr jetzt anschauen. Wir schauen einfach. Wir kreieren einfach ein Spieler Player. Spieler ist gleich und dann bucket.getServer.getPlayer. Und dann sagen wir Arcs 1. Also das zweite Argument, das sieht man jetzt natürlich nicht. Ups. Und das Semikolon außerhalb der Klammer. Und dann wird nach diesem Spieler gesucht. Relativ gleich hatten wir es beim letzten Mal auch. Was wir jetzt aber machen müssen, ist wir schauen if Spieler ungleich null. Und wenn das der Fall ist, sagen wir return und dann Spieler settings und dann Spieler und dann Arcs 0 wieder. So. Genau, das war es eigentlich auch hiermit schon. Theoretisch muss das true gar nicht returned werden. Wobei doch, das true wird returned, weil wenn jetzt hier dieser Befehl zum Beispiel ausgeführt, also wenn jetzt hier zum Beispiel der Spieler keinem, wenn der Command-Sender kein Spieler ist, dann wird das hier geschickt und dann wird true returned, sodass nicht nochmal das Usage ausgegeben wird. Genau das gleiche hier unten. Falls der Spieler nicht die Berechtigung hat, wird das hier unten ausgegeben und dann nicht noch zusätzlich das Usage, sondern einfach true returned und damit nichts mehr ausgegeben. Gut, jetzt widmen wir uns aber den eigentlichen Funktionen und sagen hier bei heal player.setHealth und dann ist ja das Ding, dass ein Spieler bis zu 20 Leben hat. Also es gibt 10 Herzen, aber es sind halbe Herzen, insofern 20 Leben insgesamt. Also geben wir hier 20 ein. Wir wollen nämlich, dass der Spieler hier dann volle Leben hat. Und dann sagen wir player.setHealth und dann 1 und player.setHealth und dann 1 und player.setHealth in rot diesmal. Also sagen wir mal, du wurdest verletzt. Oder wir sagen player.setHealth und dann player.getHealth minus 5 zum Beispiel und dann verlieren wir immer 2,5 Herzen. So können wir es natürlich auch machen, weil wenn wir jetzt hier die Spieler Leben auf die vorherigen Spieler nehmen, minus 5 setzen, dann verlieren wir immer 2,5 Herzen. Wir können natürlich jetzt auch 10 sagen, dann verlieren wir halt immer die Hälfte der Leben. Oder wir sagen 9, dann können wir das zumindest zweimal machen und sterben noch nicht. Gut, beim Feed ist es relativ ähnlich. Wir sagen player.setSaturation und dann 20 oder so wieder, keine Ahnung und player.setFoodLevel und das soll auch 20 sein. Wobei die Saturation, brauchen wir die Saturation. Ja gut, lassen wir es einfach mal. Saturation auf 20 ist natürlich ziemlich hoch. Dann verliert man relativ lange kein Essen. Also sagen wir vielleicht einfach die Saturation lassen wir weg. Nur das Food Level wird gechanged, weil die Saturation ist ja, wenn du Essen isst im Spiel und dann füllen sich ja deine Leben auf und dann dauert es auch wieder länger bis, also nicht deine Leben, ich meine deine Hungerleiste füllt sich auf und dann dauert es auch wieder länger, wenn du rumläufst, bis sie wieder runter sinkt. Und je nachdem wie lange das dauert, das ist davon abhängig wie groß die Saturation ist. So, und wenn wir die ziemlich hoch setzen, auf 20 zum Beispiel, dann dauert das, dann kannst du ziemlich lange rumrennen, ohne Hunger zu verlieren. Jetzt ist die Frage, wollen wir das? Gut, wir machen jetzt einfach mal als Beispiel ja, player.setSaturation und dann 20 wieder, keine Ahnung und dann sagen wir player.sendMessage. Ups. Player.send, nicht BlockChange, sorry. Message. Und Klammer zu. Und jetzt in grün wieder, du wurdest gefüttert. So, und hier unten das gleiche, also andersrum nur player.setSaturation, Saturation und dann 0 und player.setFoodLevel 0 auch, oder? Oder wollen wir das einfach nur die, wollen wir, dass man dann gar kein Hunger, also gar kein Futter mehr hat, sprich hungrig ist? Oder wollen wir, dass nur die Saturation unten ist und man direkt dann Essen verliert? Vielleicht setzen wir es einfach mal auf 2, sodass es nicht ganz unten ist. Und dann sagen wir noch player.sendMessage. Und in Rot.sendMessage. Du verlierst, na du wirst hungrig, wirst hungrig. ja das war es eigentlich damit auch so weit sollte das das ganze sein wir haben den command hier eingebracht und haben ihn hier drinnen dann können wir das ganze eigentlich exportieren dann mache ich das ganze auch mal tutorial tutorial ja und einmal reloaden und wenn wir jetzt slash sp eingeben steht hier an und command spieler ah ja okay dann hat da irgendwas mit dem alias nicht funktioniert habe ich das falsch geschrieben alias es heißt es muss man eine alias schreiben ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher schau mal das aus also alias es muss man natürlich schon schreiben wenn es sp ja okay weiß auch nicht was jetzt das problem normal sollte das eigentlich schon gehen ich weiß nicht ob die das vielleicht abgeschafft haben mit dem alias aber mit alias es geht es auf jeden fall da kann man auch nur einen hinzufügen bei mehreren verwendet man dann die eckigen klammern wie beim game mode command gezeigt habe so also hier steht mitspieler hört die ja erstmal game mode 1 game mode 0 ok ist doof da es nicht mehr drinnen ist also game mode game mode 0 so jetzt bin ich im survival modus wie wir sehen habe ich auch schon ein bisschen hunger und ein bisschen leben verloren deswegen sagen wir jetzt einfach mal sp hier du wurdest geld meine leben sind oben und sp feed so situation ist auch ganz oben jetzt dauert es ewig bis ich essen verliere jetzt kann ich hier ganz locker easy rumlaufen und zwar ziemlich lange sogar ein bisschen schlagen ich glaube jetzt einfach mal ein bisschen so und wie man sieht es hat sich immer noch rein gar nichts getan mit dem mit der hunger leistet deswegen höre ich jetzt einfach mal auf weil das wird ewig dauern so statt sp feed können wir natürlich auch sagen sp feed mertelmann und jetzt steht hier du wird es gefüttert weil das ja auch dem spieler geschickt wird der hier dabei ist wenn ich jetzt jetzt sage sp feed hans oder hand dann passiert nichts weil wir natürlich keine ausgabe gemacht haben falls er nicht da sein sollte so spieler ding else und dann sender punkt send message der spieler ist nicht online online so schnell noch exportieren ja tutorial finish yes und einmal reload so was ich jetzt mache ist ich hole ganz schnell die konsole rein und dann können wir sagen sp heal hans oder hand von mir aus der spieler ist nicht online ja sp heal mertelmann ist auch nicht online glaube ich falsch geschrieben habe sp staff mertelmann er steht hier du wirst hungrig jetzt habe ich noch einen hunger eine hunger leiste hier unten und ganz wenig saturation also gar keine das heißt wenn ich rumlaufe sollte ich relativ schnell ein hunger verlieren gut das ding ist jetzt natürlich dass ich nicht mehr sprinten kann dementsprechend wenig verliere ich jetzt auch aber die saturation ist auf jeden fall auf null und da sieht man auch schon habe ich das erste ding verloren wenn ich jetzt wieder hungrig bin sage ich sp wobei ich zeige noch ganz kurz dass mit dass das mit dem dop auch funktioniert dop mertelmann nicht job dop mertelmann so und wenn ich jetzt schreibe sp feed steht hier die fehlt die benötigt die nötige berechtigung für diesen befehl okay gut dementsprechend kann ich hier noch sagen kann ich hier noch sagen sp feed mertelmann jetzt habe ich hier unten wieder hunger wie man sieht oder halt alles voll wenn ich sage sp hört oder sp ralf keine ahnung was weiß ich du musst ein spieler sein um den befehl anzuwenden ja gut das habe ich natürlich aus verwendet was wir aber dennoch machen können ist wir können sagen sp hals mörtel oder sowas keine ahnung dann nutze den befehl die folge spieler heal hört feed starve also haben wir wieder falsch eingegeben es gibt nämlich kein hals als möglichkeit so sp hört machen wir jetzt und dann mertelmann und jetzt sehen wir ja da habe ich was verloren gut mein staff meine saturation ist ziemlich weit oben deswegen regeneriert die leben also sagen wir noch ganz schnell sp starve mertelmann und dann sp hört mertelmann und wie wir sehen dann habe ich neun leben verloren also neun halbe herzen sprich viereinhalb leben wenn ich das ganze nochmal eingebe so sp hört mertelmann noch ein leben und logischerweise wenn ich jetzt noch einmal sp hört mertelmann eingebe dann kommt eine fehlermeldung weil wir nicht ins negative gehen können mit dem leben genau so macht natürlich sinn was wir hier so machen ist wir sagen int leben ist gleich player punkt get health minus neun so change type of leben to double nein so int gut und was wir dann machen ist wir sagen if leben kleiner null und dann leben ist gleich null so und das war's und dann können wir hier einfach nur leben einsetzen und so schauen wir nach falls leben kleiner sein sollten als null werden sie auf null gesetzt und somit kommen wir nicht in den negativen bereich sehr schön dann exportieren wir das ganze ein weiteres mal jetzt mache ich mich schnell wieder zum operator op mertelmann und sage reload und dann sagen wir noch mal hört sp hört mertelmann und dann habe ich nur leben und muss respawnen gut das war das ganze auch schon mit diesem video wir sehen uns im nächsten video wieder ich hoffe es hat euch gefallen es war jetzt etwas chaotisch heute das video muss ich sagen nichtsdestotrotz haben wir relativ viel geschafft und wie gesagt morgen schon mal dann wie wir weitermachen mit der spielmo die entwicklung genau wie gesagt ab morgen gibt es da mehr infos zu und wegen der reihe überlege ich mir dann was wir als nächstes machen da wird dann übermorgen das nächste video wieder zu kommen ich hoffe es hat euch gefallen noch mal danke fürs zuschauen gerne feedback hinterlassen ich lese mir alle kommentare durch vor allem nachdem es nicht so viele sind fällt mir das ja nicht so schwer genau bis zum nächsten mal macht's gut ciao ciao ciao